Nummer 5. Ein Luftbett für Kinder, das perfekt für die Reise ist. Es verfügt über eine leistungsstärke elektrische Pumpe, die es in Sekundenschnelle bereit macht, ihr kleines ins Bett zu bringen. Es hat verstärkte Nähte und ein hochfestes Ventil, das unerwünschte Lecks verhindert. Seine Sicherheitsbarrieren sind ideal, damit Babys während des Schlafens nicht von der Oberfläche fallen, sodass sie entspannter sein können. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4. Wenn Sie ein Bett für ältere Kinder suchen und auf die Sicherheitsbarrieren, die Matratzen für Kleinkinder kennzeichnen, verzichten wollen, ist dieses von Pavillot eine Einzelmatratze, die es Ihnen erlaubt, sich während der Nacht frei zu bewegen. Sie ist perfekt, wenn Sie eine starke und langlebige Matratze mit einer Konstruktion wünschen, die eine gute Rückenunterstützung erreicht und so geeignet ist, dass ein Kind eine bequeme Oberfläche zum Schlafen hat. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 3. Mit einem Ventilsystem, das ein einfaches Aufblasen ermöglicht, ist dieses Kinderbett perfekt für Camping oder auch zu Hause für Übernachtungen. Das ist eine ziemlich klassische aufblasbare Kindermatratze, mit einem kinderfreundlichen Design, das Seitenschutzvorrichtungen enthält, die weniger hoch sind als der Rest der Auswahl, wobei es sich um ein Bett handelt, das für Kinder ab drei Jahren geeignet ist. Im Lieferumfang ist ein Reparaturset mit Flicken enthalten, mit dem Sie kleinere Pannen beheben können. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Das ist eine Matratze mit Seitenschutz der Firma Bunbelu. Es ist ein Luftbett, das in einem Set geliefert wird, das in Sekundenschnelle zusammengebaut werden kann, einschließlich einer Pumpe mit drei Düsen, einer Tragetasche zur einfachen Aufbewahrung und auch einem bequemen eingebauten Kissen, das aufgeblasen oder auf eine sehr kleine Größe gefaltet werden kann. Darüber hinaus ist es eine Matratze, die sich durch ihre PVC-Herstellung auszeichnet, die zur Verlängerung der Lebensdauer beiträgt und sie wasserdicht und stichfest macht. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Dieses Modell von Bestway erfüllt sehr gut Komfort und Pannensicherheit. Es ist die beste Option, wenn Sie eine nützliche und vielseitige Matratze suchen, die von der ganzen Familie genutzt werden kann, aber mit einer Größe, die Sie perfekt für die Kleinen macht, da Sie mehr Platz zum Schlafen haben werden. Dieses Bett hat eine eingebaute Pumpe, mit der es sich leicht aufpumpen lässt, und in nur 3,5 Minuten sind Sie bereit, es zu benutzen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. ZEB-Geräusche